Ja, aber Frau Volkl wollte ja eigentlich auch wieder mitkommen. Das hätte ich auch zu mich gefeiert, weil ich komme mit der Enten klar. Also richtig gut. Und die ist aber zurzeit, ne, die ist irgendwie auf einer Hochzeit von einer guten Freundin und das ist halt auch irgendwie kacke, wenn du zwischen sowas dann irgendwie auswählen musst. Man muss sich halt entscheiden. Was ich interessant finde, ist, dass es hier absolut keine Städteplanung oder so gibt. Also zumindest hier. Ja, gut. Jetzt ja hier Sachen lang. Aber die Städte, glaube ich, hier schon... Ja, aber... Guck mal, da vorne hast du schon gleich so... Ja, klar. Nein, aber es war trotzdem auch so... Ja, es waren trotzdem so Hochwasser, Dinosauriergebiet. Doch mehr Hochwasser. Ja. Ja. Ja, aber auch. Ja. Ja. Krass. Krass. Ja, schon krass. Ja, schon krass. Hast du verstanden, was er hier sehen hat? Ja. Ja. Absolut kein Problem. Ja. Guck mal, da sind Bananen staunen. Wissen Sie, wie Ananas waren? Ja. Warst du nicht mit mir im Botanischen Garten? Ja auch, aber ich wusste schon. Ja, ja, ja. Ich hab's auch schon gesehen. Also, das hätte ich nicht gesagt, weil ich damals sehr überraschte. Das hätte mir gedacht. Ich auch nicht. Ich bin so nach Boden drauf. Oh Gott. Die Treppe, die da beiusu an der Außenwand zu einem einen Gebäude, hat sich ja gar nicht nach Trägeln chassis gebaut. Soll ich es vorher vergessen, was das courte ich gemacht habe. Das Treppenhaus. Oh Gott. Also, diese zwei roten Gebäude sind aus wie beim Campen. Dieses Wasser-Auffang-Ding. Ich weiß nicht, was das ist. Das sieht tatsächlich zu wenig aufgelistet aus. Aber irgendwie mögen die Spitzen auf Gebäuden, habe ich so das leichte Gefühl. Soll ich kurz jetzt halten? Schon erstaunlich viele Gebäude mit Spitzen, wir sehen hier. Hey, I'm not a gentleman. Oh, wann? Jockt. Apropos, war in dieser Autobahn komplett aufgestanden. Wenn du da guckst, krass, ich meine so hoch, aber halt so ein Schreck. Also nicht auf echten Strecken, so genau, mit der Bedeutung. Nicht aufs Doppeln von Flughaendoppeln bis zur Stadt. Und auch nicht auf so langen Strecken irgendwie. Ein bisschen wie für so 100 Meter mal in den Bergen oder so. Aber das war es dann auch schon wieder. Aber auch nicht aufgestockt? Teilweise schon. Echt? Ja, aber wobei das eher die Österreicher sind. Die haben leider eine relativ große Tasse und irgendwie aufgestockt. Krass. Das Witzige ist halt, dass da auch unten drunter einfach nochmal so eine ähnlich große Straße in beide Richtungen geht. Ja, das Problem ist, dass ich das hier auch nicht sehe. Wenn ich eine Kamera umdrehe, dann wäre das besser. Ja. Also, an sich. Ich.